Guten Tag, liebe Hörer in Deutschland, Österreich und der Schweiz, aber auch in Uganda und Neuseeland, in Japan oder in den USA oder wo immer Sie den Kontrafunk hören. Ich weiß, dass Sie es tun, weil wir aus all diesen Ländern Post bekommen. Und ich weiß, dass viele von Ihnen so weit weggegangen sind, nicht aus Reisefieber und purer Abenteuerlust, sondern aus politischen Gründen, aus Sorge um das Wohlergehen der Kinder oder aus Angst vor den immer totalitärer werdenden Verhältnissen in der Heimat. Wir werden auch heute an diesem 2. Oktober 2022 diese Verhältnisse beschreiben, erörtern, kritisieren, denn dafür ist der Kontrafunk da, nicht um die Regierung zu bejubeln und deren Macht zu stärken, sondern um zu analysieren, was hier im Gang ist, darüber zu informieren oder auch es einfach festzuhalten. Für die Zukunft, für eine Zukunft, die es sicher geben wird, daran glaube ich ganz fest und in der man fragen wird, was ist denn damals eigentlich passiert und wie konnte es dazu bloß kommen. Mein Name ist Burkhard Müller-Ulrich und seit zweieinhalb Jahren bespreche ich mit meinen Gästen jeden Sonntag diese Fragen und die vielen Angriffe gegen uns, die widerwärtigen Zeitungsartikel und Verleumdungen zeigen mit aller Deutlichkeit, dass wir gebraucht werden und dass wir irgendwas richtig machen. Da ich eben so international angefangen habe, möchte ich an dieser Stelle ein Übersetzungsprogramm vorstellen, das mich wirklich umgehauen hat. Es heißt VidBuy und es dient speziell dazu, komplette Videos in eine andere Sprache zu transponieren. VidBuy übersetzt nicht nur, sondern ordnet die Texte den verschiedenen Personen zu, die im Bild vorkommen und erzeugt dann die synchrone Sprachausgabe. So kann man in minutenschnelle Videos in 70 Sprachen vertonen, einfach per Internet-Upload und Kreditkartenzahlung. VidBuy schreibt sich V-I-D-B-Y und vidBuy.com ist die Internetadresse. Probieren Sie es mal aus, es ist extrem einfach zu handhaben und die Qualität ist faszinierend. Und jetzt begrüße ich zur Sonntagsrunde die Vorsitzende der Desiderius Erasmus Stiftung Erika Steinbach, den Dokumentarfilmer und Publizisten Dirk Pohlmann, sowie den immer noch Chef der Parlamentsredaktion von BILD, Ralf Schuler. Ich sage das so, weil du ja längst gekündigt hast, aber der Springer Verlag will dich nicht gehen lassen, was ich übrigens verstehe, du bist halt unersetzbar. Also, erst die Pipeline, dann der Beitritt. Jetzt ging es doch rasch voran in den letzten Tagen. Der NATO-Beitritt der Ukraine wurde beantragt, vollzogen ist er noch nicht. Aber wenn er wirklich geschieht, was passiert dann, Frau Steinbach? Wirklich Weltkrieg? Das glaube ich nicht, dass es einen Weltkrieg deshalb geben wird. Allerdings macht es deutlich, dass Putin mit seiner Aktion, dem Überfall auf die Ukraine, das Gegenteil von dem erreicht hat, was er eigentlich erreichen wollte. Er ist in seiner Strategie offenkundig komplett gescheitert, denn er wird anschließend, wenn der Krieg mal zu Ende ist, umzingelt sein von NATO-Staaten. Und das Zerwürfnis auf unserem Kontinent ist bedauerlicherweise damit wahrscheinlich für lange Zeit manifestiert, was ich wirklich tragisch finde, denn es hätte so nicht kommen müssen. Also, er hat Europa zusammengebacken, so verstehe ich Sie. Scheint allerdings nicht ganz so zu sein, denn es kommt ja immer mehr Komisches ans Tageslicht. Also, wir müssen auch über Sabotageakte reden, von denen man ja nicht weiß, wem sie zuzuschreiben sind. Jedenfalls tun alle Medien, alle Mainstream-Medien ihr Mögliches dazu, dass man es nicht weiß und auch nicht mal vermuten darf. Nur der böse Putin schiebt es den Amerikanern in die Schule. Aber die Amerikaner haben es selber gesagt. Also, Biden eher. Ich muss sagen, wenn man so die Fakten nebeneinander legt, dann stößt man zwangsläufig auf das Thema USA. Wem nützt es denn letzten Endes? Also, Putin hat es doch einfach gehabt. Er brauchte nur den Gashahn zuzudrehen und wir haben kein Gas mehr bekommen. Er brauchte die Leitung nicht zu sprengen. Warum soll er das, was er mit vielen Dollars und Rubel aufgebaut hat, Warum soll er das selber sprengen? Und all die vorangegangenen Äußerungen zeigen, es gibt ein anderes Interesse. Und vor dem Hintergrund, das ist alles Spekulation, aber was mich natürlich auch stutzig macht, dass das Thema dieser Zerstörung dieser Pipelines, dass das praktisch verschwunden ist unserer Medienlandschaft. Es wird nicht diskutiert. Im Grunde genommen müsste man jetzt immer noch hellauf daran interessiert sein, wer war es. Wir gehen der Sache auf den Grund. Aber vor dem Hintergrund, was zuvor gewesen ist, glaube ich, man hat kein Interesse daran, den Täter zu finden. Man könnte auf den Falschen stoßen. Also, wir haben schon ein Interesse, gell, Dirk Pohlmann? Ich erinnere mich noch, dass Joe Biden, es ist noch nicht so wahnsinnig lange her, ich glaube, es war im Februar, gesagt hat, I promise you, we will be able to do it. Und damit meinte er, Nord Stream 2, bring it to an end oder so ähnlich. Ja, genau. Ich gebe jetzt mal wieder den Dissidenten. Ja, ich bin der Meinung, dass Putin etwas erreicht hat, das Gegenteil von dem, was er erreichen wollte. Ich glaube, er ist in einer Situation manövriert worden, wo er die Wahl hatte zwischen Krieg, den er anfängt, und Krieg, der über ihn hereinbricht. Ich erinnere daran, dass, ich übernehme jetzt mal die Position von John Mercer, also einem ausgewiesenen Konservativen, einem sehr vernünftigen Mann, der das in vielen Vorträgen im letzten halben Jahr immer wieder ausgeführt hat, dass die Entscheidung 2006 der USA, Georgien und Ukraine den Beitritt in die NATO anzubieten, der entscheidende Wendepunkt ist, ab dem die Russen gesagt haben, hier ist ganz deutlich eine rote Linie. Eine weitere rote Linie war die nukleare Bewaffnung der Ukraine, die jetzt wieder vom Chef des Generalstabs in einem Artikel in die Runde geworfen wurde, auch mit Langstreckenwaffen übrigens, sie möchten die gleiche Reichweite bei den Nuklearwaffen haben wie die Russen. Und Putin stand vor der Wahl, der zweite Gorbatschow zu werden, der nicht in der Lage ist, die Bevölkerung in Donetsk und Luhansk zu schützen, weil er versuchte zu jonglieren über acht Jahre zwischen Europa und einen diplomatischen Weg offen zu halten, bis es klar war, als am 16. Februar die Bombardierung von Donetsk und Luhansk von 25 Einschlägen pro Tag auf 2000 anstieg, und Biden sagte, dass er weiß, wann der Krieg beginnen wird, nämlich am 16. Und also damit rechnete, dass Russland an dieser Stelle einsieht, dass es keine andere Wahl hat, als entweder selber anzugreifen oder sich in eine Situation zu bringen, worauf die Politik erzielt, auf den Regime-Change in Moskau, in dem Putin als zahnloser Wehr vorgeführt wird vor seiner Bevölkerung. Das ist meine Analyse. Zu der Sache mit der Pipeline. Ich habe mich ja nun sehr gründlich über mittlerweile mehr als 15 Jahre in dieses U-Boot-Geschäft eingearbeitet und kann Ihnen sagen, dass die Ostsee einer der bestüberwachtesten Gebiete der Welt ist. Dort ist der Meeresboden verwandt mit Hydrofon von beiden Seiten. Dort bewegt sich kein Boot, das nicht erfasst wird. Die Technik ist mittlerweile in der Lage, über Datenbanken aus den Schraubengeräuschen nicht nur die Schiffsklasse eines Schiffes abzuleiten, sondern jedes individuelle Fahrzeug, was bekannt ist, was dann eben neu zugefügt wird, wenn es nicht bekannt ist, abzubilden. Und ich gehe davon aus, dass die NATO und die Russen auch genügend technische Forensik haben, um darauf hinweisen zu können, wer es wird. Und das wird spannend werden. Also von der NATO werden wir das nicht hören. Da wird nicht viel rauskommen. Aber ich bin gespannt, ob die Russen diesmal mit solchen Sachen rauskommen, die ja immer bedeuten, dass man Preis gibt, welche Ordnungsmöglichkeit man hat. Das ist ein bisschen das Problem. Aber das, wie gesagt, ist so verwandt, dass das keins ist. Also es war ja auch eine interessante Kaskade von Nachrichten. Zunächst mal, ach, vielleicht ein Erdbeben. Nein, doch kein Erdbeben. Nein, es hat doch irgendwie größer gekracht. Und dann kam so langsam, langsam raus, dass es sich um mal ein Wort unseres Kanzlers, was hat der, sagt er immer vom Doppelwumms, das war ein Doppelblubb da unter der See. Und dieser Doppelblubb, der war messbar so groß, dass es die Leitung komplett zerrissen haben muss. Denn das wurde nicht einfach angebohrt von irgendwelchen Kampftauchern, sondern die ganze Leitung, das wusste man ja eigentlich ziemlich schnell, hat aber eine Weile gedauert, bis es in unseren Medien dann durchsickerte. Die ganze Leitung ist zerrissen. 200 Meter, also das ist gründlich gesprengt. Auch zu Biden möchte ich mal sagen, wir sollten uns ja daran erinnern, dass neben ihm Kanzler Scholz stand. Als Biden mitteilte, dass in Deutschland die Pipeline nicht in Betrieb gehen wird. Eine Journalistin fragt sogar noch, wie wollen Sie das denn durchsetzen? Das ist doch eine deutsche Angelegenheit. Also die Pipeline gehört Deutschland, Russland. Worauf er dann antwortet, wir werden es schaffen, glauben Sie mir. Und das in Anwesenheit des Bundeskanzlers. Das ist eine öffentliche Beleidigung gewesen, die bei Freunden von mir aus verschiedenen Ländern, ich habe wirklich vier Anrufe gekriegt, wo die mich gefragt haben, was haben die gegen Scholz in der Hand, dass er sich das gefallen lässt. Dass Biden weiß, dass er sich da hinstellen kann und so etwas machen kann, das ist ja kein Verhalten einem Freund gegenüber. Ich weiß nicht, ob der Satz von Kathleen Johnson, Amerika hat keine Alliierten mehr, sondern nur noch Geiseln, ob das in diesem Fall zutrifft. Das war ja ein ungeheurer Affront, wenn man sich das überlegt, der übrigens auch nicht kommentiert wurde. Kann er es gewusst haben, der Scholz, Ralf Schuler? Er hat ja vorher gesprochen mit Joe Biden unter vier Augen. Und das sind halt so Sprüche, die man als Weltmacht klopft, die würde ich jetzt nicht überbewerten. Es ist zu dem Zeitpunkt klar gewesen, dass beide Nord Stream-Leitungen politisch tot sind. Und Nord Stream 1 lief noch, aber es war eigentlich auch schon klar, wenn die Eskalation so weitergeht, kann Deutschland da nicht einfach so weitermachen. Insofern finde ich das Sprengen einer politisch toten Leitung etwas schwierig. Man kann auch nicht ganz ausschließen, dass die Russen beim Verlegen diese Option gleich mit eingebaut haben. Die Theorie mit den Kampftauchern finde ich als Selbstsporttaucher recht sportlich, um es mal so auszudrücken. In 100 Meter Tiefe braucht man sehr lange Dekompressionszeiten oder man muss wieder in eine Druckkammer rein. Das geht dann nur mit einem Schiff, wo man unten in eine Glocke reintaucht. Ansonsten hängt man ziemlich lange unter der Oberfläche und muss abgasen, wie das so schön heißt, weil der Stickstoff ins Blut dringt. Das ist schwierig auch für einen Kampftaucher. Glauben Sie mir, dass es kein Problem ist für militärische Taucher. Es gibt Freitaucher bis 400 Meter und die arbeiten auch nicht mit komprimierter Luft, wie Sie als Sporttaucher, wo Sie bei 30, 35 Meter normalerweise Schluss haben. Die können bis 400 Meter und das ist mit Helium. Das ist nicht mit Stickstoff. Das ist ein Trimix-Gemüche, das stimmt schon. Trotzdem kann man da nicht ohne weiteres wegschwimmen und man wird auf jeden Fall auch erfasst. Es gibt da verschiedene technische Möglichkeiten, auch mit Unterwasserdrohnen und Ähnlichem. Da würde ich jetzt ungern spekulieren. Ich halte allerdings die Kriegstheorie von Ihnen für abenteuerlich, um es ganz ehrlich zu sagen. Der NATO-Gipfel war 2008 in Bukarest und dass Putin gewissermaßen von NATO-Ländern umstellt ist, das wird er ohnehin nicht verhindern können, ist aber auch keine Bedrohung. Also die NATO hat nicht vor, Russland anzugreifen. Das wäre auch völlig aberwitzig, einem solchen Landkoloss irgendwie attackieren zu wollen. Das kann man nicht gewinnen, auch als Westen nicht. Und den Regime-Change in Moskau, den hat er jetzt eher zu befürchten, als vor dem Krieg. Und die Gefechtstätigkeit rund um Donetsk und Luhansk war von beiden Seiten im Übrigen. Und das flammte immer mal wieder auf und dann schossen die anderen zurück und es war einfach ein irres Gemetzel. Wenn er die beiden Republiken hätte haben wollen, dann hätte er es vor dem Krieg eigentlich leichter gehabt, so ein Referendum zu veranstalten. Das wäre genauso ausgegangen. Dann hätte er das Ganze besetzt und wahrscheinlich hätte die Ukraine nicht mal angefangen, das zurückerobern zu wollen. Das halte ich alles für ein bisschen schwierig. Der NATO-Beitritt jetzt ist natürlich Unsinn. 2008, da war es ein schwelender Konflikt in Georgien, was damals als Ausschlussgrund galt. Nämlich, dass man niemanden aufnimmt, der in einem heißen Konflikt steht, gilt heute ganz offensichtlich umso mehr. Und die NATO würde sozusagen ihren eigenen Kriegseintritt beschließen, wenn sie dem zustimmen würde. Das ist ein taktischer Move aus Kiew, der auf Ablehnung stoßen wird, auch wenn natürlich der moralische Druck da ist. Jetzt, nachdem man gesagt hat, EU-Beitritt machen wir irgendwann mal, das ist auch mehr Show als realistisch, haben die natürlich ein Problem zu erklären, warum NATO nicht geht. Aber da sind die Statuten ganz deutlich davor und es wird auch keine Mehrheit im NATO-Rad dazu geben. Okay, das ist ja schon mal eine Aussage. Also die Ukraine wird nicht in die NATO aufgenommen, sagt Ralf Schuler, nachdem wir aus unserem Unterwassergespräch wieder aufgetaucht sind in die sprengstoffgesättigte Luft der Politik hier. Aber Russland, also nein, andersherum, die NATO hat zwar, haben Sie gesagt, die NATO wird Russland nicht angreifen, Ralf Schuler, aber da gab es doch auch mal ein Versprechen, dass die NATO auch in der Ukraine nichts verloren hat. Also da gab es ja, glaube ich, aussagekräftige Dokumente dafür, dass das mal so vereinbart wurde. Ja, das ist strittig. Da streiten nun seit Jahr und Tag die verschiedenen Historiker und beteiligten Politiker darum, ob Gorbatschow oder Shevardnadze das zugesagt worden ist oder eben nicht, ob es in irgendeinem Papier steht, aber dann ist es anders zu verstehen. Das ist schwierig. Mal ganz abgesehen davon hat auch Russland nicht das Recht zu erklären, was seine Nachbarländer machen. Also immer vorausgesetzt, man akzeptiert sie als souveräne Staaten und das tut Russland im Falle der Ukraine ganz offensichtlich nicht. Bei Belarus sieht man genau das Gleiche. Das wird als erweiterter Teil des russischen Imperiums gesehen. Das mögen die unter sich ausmachen, aber grundsätzlich kann ich nicht darüber entscheiden, ob mein Nachbarland irgendwelchen Verbünden beitritt. Das muss ich hinnehmen. Erst wenn es irgendwelche aggressiven Handlungen gibt, bin ich berechtigt, mich zu verteidigen. Also NATO nicht, aber EU vielleicht schon noch in letzter Konsequenz, Erika Steinbach? Nein, EU auf gar keinen Fall. Ich meine, es war schon ein großer Fehler, dass seinerzeit Bulgarien aufgenommen worden ist, was die Kriterien, und wir haben ja einen umfassenden Kriterienkatalog, längst nicht erfüllt und bis heute auch nicht erfüllt. Das muss man schon sagen. Aber insgesamt muss ich sagen, es ist eine große Tragödie, was sich seit 1989 in dem Fall des Eisernen Vorhangs in Europa getan hat. Wir hatten die Chance zu einem wirklich friedlichen Miteinander innerhalb Europas. Und ich war seinerzeit im Deutschen Bundestag dabei, als Putin seine Rede hielt. Und was eher ungewöhnlich ist, dass ein Staatsmann nicht in seiner Muttersprache spricht, sondern in der Sprache des Landes im Deutschen Bundestag in Deutsch gesprochen hat. Ich mag mich täuschen, aber ich hatte damals das Gefühl, dass ihm sehr daran gelegen war, dass wir gut und miteinander auskommen. Er hat ja davon gesprochen, eine Partnerschaft anzubieten, eine solide... Und dass das zerstört wurde, das lag an externen Kräften, das muss ich sagen. Und da ist meine Sorge, dass die Vereinigten Staaten von Amerika vielleicht im Hinterkopf hatten, dass wenn Europa wieder friedlich, wenn die Staaten friedlich miteinander umgehen, dass es natürlich ein enormer Energieblock auch wirtschaftlich sein könnte. Und dass der ganze Einfluss, der amerikanische Einfluss auf unseren Kontinent damit natürlich Schritt um Schritt marginalisiert würde. Ich bin nun aufgewachsen in meiner Generation als Amerika-Freund, aber ich bin inzwischen schon sehr nachdenklich, seit die Vereinigten Staaten den gesamten Nahen Osten destabilisiert haben mit dem Krieg im Irak und uns das Millionen von Flüchtlingen beschert hat, dass das Eigeninteresse der USA, was natürlich selbstverständlich jedem Staat legitim zuerkannt werden muss, aber so überwiegend ist, dass den USA ein vereinigtes Europa im friedlichen Miteinander nicht staatlich vereinigt, aber friedlich vereinigt, dass es den USA nicht zu Pass kommt. Ralf Schuller. Ich habe unlängst mir extra die Rede von Putin vor dem Bundestag nochmal durchgelesen. Die Botschaft, die in Erinnerung geblieben ist, ist in der Tat die, die Frau Steinbach gerade genannt hat, also eigentlich der Wunsch, mit Europa zusammenzuarbeiten. Wenn man weiter hinten liest, dann kommen aber auch schon die unzufriedenen Untertöne mit drin vor. Er sagt dort in der Rede ganz klar, ja, wir sitzen gern mit am Tisch, aber immer wenn es darauf ankommt, macht ihr ohnehin, was ihr wollt. Und das war die Erkenntnis, die, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt schon da war, die aber im Nachgang zur Rede immer mehr bei ihm gewachsen ist. Egal ob NATO, Russlandrat, egal ob europäische Assoziationsgespräche und ähnliche Geschichten, ihm ist klar geworden, dass Russland beim Westen immer nur am Katzentisch würde sitzen müssen und man nicht im Ernst vorhatte, wirklich Russlands Belange mehr als taktisch zu berücksichtigen. Das ist eigentlich auch relativ verständlich, weil es einfach eine komplett andere Landmasse ist und ein komplett anderer Politikansatz. Und den Einfluss eines Vollmitgliedes, auch bei den G7 zum Beispiel, hat er sehr schnell gemerkt, den wird er nie bekommen. Und gleichzeitig hat er natürlich die Erfahrung gemacht, dass die Jelzin-Jahre für Russland traumatisch waren und dass sich diese Art des Demokratie-Exports, den wir damals gesamtgesellschaftlich für möglich gehalten haben, dass Russland eine Demokratie westlichen Zuschnitts wird mit Oppositionen und Debatten und so weiter, dass die dazu führt, dass das Land im Chaos versinkt, in Willkür, dass das mit den Oblasten im fernen Osten ganz schwer zu machen ist, wenn dort nicht eine straffe Struktur dahintersteht. So sieht er das. Also die Transformation in eine Demokratie westlichen Zuschnitts hat er dann irgendwann für sich erkannt, führt dazu, dass das Land im Chaos versinkt. Russland braucht eine starke Hand. Die hat er praktischerweise selbst geführt und deshalb kam es mehr und mehr zur Entfremdung. Aber die Töne sind in der Rede übrigens auch schon da. Ich habe mich lange mit Peter Scholler-Thur darüber unterhalten und Scholler-Thur hat, da war ich noch ganz anderer Auffassung, hat also mir sehr deutlich gemacht, dass westliche Europa im Grunde genommen falsch mit Russland umgeht. Weil es auch die Amerikaner falsch einschätzt. Also unvergessen ist ja auch der Spruch Fuck the EU, die Europäische Union, der Spruch der US-Botschafterin, damals glaube ich, in der Ukraine. Ich würde gerne mal darauf eingehen, weil das ist jetzt so, also erstmal, ich hatte ein Interview mit dem Jacques Beau gemacht, also Oberst der Schweizer Armee und dem Strategischen Nachrichtendienst, der von der Schweiz damals nach, das war schon Russland, also Übergang Sowjetunion zu Russland gesandt wurde, weil die Schweiz erwog, in die NATO einzutreten und wollte sondieren, wie darauf reagiert würde. Und die überraschende Antwort von Jacques Beau war, dass der russische Generalstab nichts dagegen hatte, weil die das damals so betrachtet haben, die wollten selber Mitglied der NATO werden und haben das so betrachtet wie so eine Art supranationale Organisation, in der in Zukunft Sicherheitsfragen geregelt werden. Das Ganze, und das ist das Entscheidende, ist aus einer Position der Schwäche entstanden. Das heißt, Gorbatschow hat ja die Sowjetunion nicht aufgegeben aus überschwangenen Macht, sondern weil es bröckelte, sein Hyperium an allen Seiten abbröckelte. Und das haben die Amerikaner in diversen Publikationen, und da sollte man nicht drum herum reden, haben sie das gesagt, zum Beispiel 1992, die Wolfowitz-Doktrin, dass niemand ihnen die Weltherrschaft mehr streitig machen kann und ihre Aufgabe in der Strategie wird in Zukunft sein, zu verhindern, dass es jemals wieder anders sein könnte. Daraus entstand auch das, was Project for a New American Century dann hieß, ist, was ja auch eine Definition ist, wie man sich die Welt vorstellt. Und zum Beispiel George F. Kennen, also der Politiker, Botschafter in der Sowjetunion, der die Eindämmungsstrategie, der sich also überlegt hat, wie man sehr schachspielend die Sowjetunion daran hindern kann, expansiv zu sein, was sie ja nach dem Zweiten Weltkrieg war, der hat 1997 gesagt, das ist die größte Dummheit, die wir begehen können, die Sowjetunion in dieser, also Russland jetzt, in dieser Position der Schwäche, in der sie sich befindet, in diese, in die Osterweiterung reinzubringen. Er hat davor gewarnt, also mit diesem langen Blick, dem strategischen Blick hat er gesagt, das ist das Dümmste, was wir machen können. Das hat sogar Brzezinski gemacht, das hat Kissinger gemacht. Also die alten weißen Männer oder alten weisen Männer der Außenpolitik haben vor diesem Schritt gewarnt und wir erleben ja jetzt, ich könnte jetzt endlos wieder reden, ja, ich möchte Sie darauf hinweisen, dass zum Beispiel diese Frage, das halte ich für Heuchelei der Amerikaner, wenn Sie sagen, souveräne Staat und Einflusssphäre, erinnern Sie sich an die Kuba-Krise, da war Kuba keinesfalls ein autonomer Staat oder jetzt in der Gegenrat war, die die Solomon, die einen chinesischen Stützpunkt im Pazifik zulassen wollen, sind dann nicht autonom, da sagen die Amerikaner, jetzt, ja, zu dieser Sache, das ist eine Frage in der Realität, in der Realpolitik gibt es sehr wohl Einflusszonen, die zu beachten sind und es gibt sogar in der diplomatischen Regelung, dass auf die Sicherheitsbedürfnisse der anderen Seite einzugehen ist und das, was Frau Steinbach beschrieben hat und was abgelaufen ist, dass Putin kontinuierlich mitgeteilt bekommen hat, dass er nicht auf Augenhöhe, nicht ernsthaft verhandeln kann und dann weiter, dass sogar offen davon geredet wird, dass man die Regierung in Russland kippen will und jetzt eine Konferenz abhält, dass man Russland dekolonialisieren will, das heißt Jugoslawisieren will, in verschiedene Einzelstaaten aufspalten. Stellen Sie sich das alles doch einfach mal umgekehrt vor. Wie würden Sie denn reagieren als Diplomat, als Politiker, dass jemand kommt und sagt, Russland ist eine Tankstelle mit Atomwaffen oder ein Drittweltland mit Atomwaffen, ein Regionalmacht, alles Äußerungen, dieses Desavouieren, das, was Scholz gegenüber stand, war auch Desavouierung, das ist doch, dass man einsehen muss, hier wird nicht verhandelt, hier wird uns klargemacht, wer der Schulhof-Bulli ist und wir haben die Möglichkeit, entweder Jujutsu zu lernen oder klein beizugeben. Das hat man Selenskyj ja auch sehr schnell deutlich gemacht, denn ich kann mich erinnern, er hat kurz nach Beginn des Überfalls Putins auf die Ukraine, hat er gesagt, er ist bereit zu verhandeln über Neutralität aller Schweiz und über den Donbass und über die Krim. Er ist bereit zu verhandeln darüber und er wurde ganz schnell stillgestellt. Das war nicht gewollt. Der Krieg hätte nicht so weiterlaufen müssen. Er hätte nie stattfinden müssen. Man hätte diesen Krieg sehr einfach verhindern können. Wir schauen nach Russland und merken, dass da eine große Bedrohung ist. Wir schauen aber auch nach Amerika, zu unseren Verbündeten und merken, dass die uns nicht durchgehend wohlgesonnen sind. Allerdings ist es vielleicht gar nicht nötig. Wir brauchen weder Russland noch die USA, um Europa und vor allem Deutschland zu demontieren. Das, was im Augenblick in unserem Land passiert, in Deutschland, das ist zum Teil auch hausgemacht, also mit freundlicher Hilfe und Unterstützung, selbstverständlich der USA. Das Time Magazine, das amerikanische Time Magazine, sieht Frau Baerbock als aufstrebenden Star. Damit ist alles gesagt. Aber im Grunde sind natürlich die meisten Probleme, die wir im Augenblick auch zu diskutieren haben, hausgemacht. Ich gehe mal durch die Notizen der letzten Tage und sehe, dass ein Strategiepapier der deutschen Bundesregierung offenbar existiert. Was steht da drin? Dirk Pohlmann, ich glaube, Sie kennen das. Ja, ich habe es gestern mit roten Ohren gelesen. Also das, was der angeblich unveränderliche Kernbestandteil unserer Gesellschaftsordnung sein sollte, ausgehebelt wird. Hier ist eine sozusagen Propagandafront wird erzeugt, dass die Medien wenig mehr als ein Verstärker und Lautsprecher von Regierungsmeinung sind. Und das, was die Medien als unveränderliche Aufgabe haben, nämlich den Diskurs über die Entscheidung der Politik, die Erörterung der Hintergründe, der Interessen, die dahinter stehen, abweichende Meinungen zu Wort zu kommen zu lassen. Was ja, ich sage das jetzt mal, als Linker mit Aufkommen der AfD schon zu sehen war, dass denen, wenn die Bevölkerung falsch wählt, kriegen die kein Mikrofon vor den Mund gehalten. Das ist ja unglaublich eigentlich, so ein Vorgang, weil die Regeln, was die Medien zu tun haben und was sie zu lassen haben, das ist ein direkter Verstoß gegen die Grundregel. Wir haben als Meldegänger zwischen den Schützengräben hin und her zu gehen und dafür zu sorgen, dass jeder weiß, was jeder denkt. Und hier kommt jetzt von Staats wegen so eine Art Betonwand auf einen zu. Das ist das Empfinden, was ich mittlerweile habe. Aber wir müssen erst mal darstellen, worum es eigentlich geht. Also es ist ein zehnseitiges Dokument, das trägt den hochtrabenden Titel Laufende Aktivitäten der Ressorts und Behörden gegen Desinformation im Zusammenhang mit Russkrieg und gegen Ukraine. So, das ist also ein Zehn-Punkte-Plan und da wird genau aufgelistet, was alles geklappt hat. Also man hat von Regierungsseite den Spiegel, den Stern, den Tagesspiegel irgendwie in die Tasche gesteckt. Jedenfalls tolle Zusammenarbeit mit denen etablieren können. Man hat in der Öffentlichkeit den Begriff Taskforce gegen Desinformation etablieren können. Darüber freuen sie sich. Und das geht dann so weiter bis in die Schulen hinein, bis in die Schulen, bis in die Volkshochschulen, bis in ehrenamtliche Strukturen, auch das Bundesamt für Verfassungsschutz soll sich da einbringen. Also ein genauer Fahrplan, wie man von Regierungsseite die öffentliche Meinung ja nicht nur beeinflussen, sondern regelrecht an die Kandare nehmen kann. Jetzt kann man natürlich sagen... Es gibt einen wichtigen Punkt dabei, was Sie gesagt haben. Es gab diese Absprache im Stern, Spiegel, Tagesspiegel, die dann, das muss man sich ja vorstellen, ihren Lesern, die in einer konzertierten Aktion mit der Regierung eine bestimmte Ansicht darbieten, aber die müssen ja eigentlich als erstes mal sagen, wir sind hier eine Kooperation überhaupt erst eingegangen. Wir sind jetzt eine Art Regierungssprecher, der sich an sie wendet. Es ist also eine klebrige Melange von Sachen, die eigentlich einer Gewaltenteilung unterliegen sollten. Das ist ja mein Argument. Die Presse hat nichts mit der Regierung zu schaffen zu haben. Die haben Kontakte zu haben und zu fragen, aber nicht in politische Aktivität mit einzusteigen. Das ist eine Kampagne, die hier gefahren wird und das läuft unter Ausschluss der Öffentlichkeit, sodass nur, wenn ein Whistleblower das durchsticht, an eine Publikation wie die Nachdenkseiten, die auch bereits ins Visier geraten ist. Dieser unsäglichen Gegneranalyse-Fraktion von der Stiftung Liberale Moderne, von der beiden Grünen Fuchs und Marie-Louise Beck, wo die als besonders negatives Beispiel des Querfrontjournalismus dargestellt werden. Wir haben hier, das ist eine Verwilderung der Sitten und eine Aufhebung von Grenzbeständen, wo eben diese Identität von Regierung und Medien, das ist etwas, was wir nur aus anderen Staatssystemen kennen. Wir kennen es jetzt real auch von uns, aber normativ ist das garantiert nicht so. Ralf Schuller. Also ich empfehle vor dem Ereifern immer erstmal ganz ruhig und nüchtern die Quellenlage zu prüfen. Wer ist denn der Verfasser des Ganzen? Ich bin immer sehr, sehr skeptisch. Ich habe in letzter Zeit so viele vermeintliche Papiere, Quellen oder Nachrichten gelesen, die sich am Ende alle als irgendwie zweckdienlich gefälscht herausgestellt haben. Ich bin da sehr, sehr vorsichtig, weil das im Prinzip so eindeutig Narrative bedient, dass ich mich wundere, wer so etwas verfasst haben soll und immer dort, wo ein gewissermaßen monströses Ziehen an Strippen das Land zur Marionette macht, da werde ich immer sehr, sehr skeptisch. So funktioniert Deutschland nicht und ich kenne ja nun die Branche auch ein bisschen. Die Kollegen lassen sich genauso wenig am Nasenring durch die Arena führen wie ich. Also ich bin da sehr skeptisch. Also du glaubst, das Papier ist nicht echt? Ich kenne es nicht und ich würde immer erst bevor ich darauf reagiere sehr lange prüfen, wo kommt es her, welchen Weg hat es genommen, warum zu den Nachdenkseiten, warum nicht zum Spiegel oder was anderes. Weil der Spiegel involviert ist. Ja, wenn ich Reichweite erreichen will, dann gehe ich zu einem großen Medium und nicht zu einer Webseite, die sofort wieder unter den Bedarf stellt. Ach, du bist mir leidig, weil Sie nicht zu Bild gegangen sind. Das wäre das Mindeste gewesen. Der Spiegel ist Teil dieser Koalition. Also warum sollen die zum Spiegel gehen, der mitmacht? Ja, die ganz große Deutschlandverschwörung. Da bin ich im Prinzip schon raus. Aber natürlich kennt jeder meine Zugangsdaten erst mal mir anbieten. Alles andere ist sowieso eine Verschwörung. Egal. Nein, ich wollte ja auf den ernstzunehmenden Punkt kommen, unabhängig davon, ob dieses Papier echt ist oder nicht, gibt es natürlich in allen europäischen Ländern auch in Übersee verstärkte Bemühungen, was man gegen vermeintliche Fake News und Hass und Hetze tun kann. Das ist im Prinzip eine Sache, die viele umtreibt, die ich auch aus einem Kanzlerflieger kenne. Das Ringen von Regierungen darum, falsche Informationen entweder wirklich falsche Fakten oder Dinge, wo man Interpretationen zu Tatsachen umdeutet. Wie man das einhegen kann, weil natürlich im Zeitalter des Internets sich milieus ihre eigenen Nachrichten, ihre eigenen Wahrheiten schaffen und das im Prinzip kaum noch einem sich gegenseitig regulierenden Diskursmarkt unterliegt. Also in einer bestimmten Blase tausche ich mich darüber aus und bestätige mich gegenseitig und bin gegenüber jedem Input von außen skeptisch. diese Bemühungen gibt es und die Gesetzgebung gegen Hass und Hetze, die kenne ich ja auch und das ist eben hochproblematisch. Also wenn man zum Beispiel private Player wie Twitter oder Facebook dazu auffordert, den Wahrheitsgehalt zu scannen. Es ist völlig unbestritten, dass ich heute für Homöopathie werben darf, obwohl es keine Wirkung hat. Ich darf auch behaupten, dass die Erde eine Scheibe ist. Das ist mein gutes Recht und genauso kann ich natürlich sagen, es waren drei Millionen in Washington zur Inauguration von Trump und die Fotos zeigen etwas anderes und dann weiß eigentlich am Ende jeder, was er davon zu halten hat. Das Misstrauen in den freien Meinungsmarkt ist da und die Regulierungsversuche finde ich in der Tat schwierig, um es mal ganz vorsichtig und diplomatisch auszudrücken. Ob das in diesem Papier rauskommt, das weiß ich nicht. Es gibt immer wieder Überschneidungen, wo medial viele in die gleiche Richtung marschieren, aber es gibt dann auch meistens Ausreißer. Du kennst viele Papiere, die sich als Fakes erwiesen haben. Das ist klar. Ich kenne allerdings auch einige Papiere, sogar aus dem Bundesinnenministerium, die so hart sind, in ihrer antidemokratischen, fast totalitären Art die Meinung zu steuern, die Menschen in Panik zu versetzen, dass ich es für fake gehalten hätte und nicht glauben konnte, dass es echt ist. Also ich glaube, wir sind überrascht in beide Seiten. Beides gibt es. Insofern lassen wir es vielleicht mal offen, aber im Grunde hat Ralf Schuler ja gerade gesagt, diese Mechanismen der Meinungssteuerung, die sind ja auch Regierungsgeschäft. Das würde ich sogar auch zugeben. Bis zu einem gewissen Grade macht das jede Regierung in jedem Land. Natürlich wollen die ihre Narrative durchsetzen, Erika Steinbach. Also man kann ja feststellen, das ist ja nicht erst von heute dieses Papier. Wenn man so töricht ist, sowas auch noch zu verschriftlichen, ist es die eine Seite. Aber es gab ja die Umfragen schon unter der Regierung Merkel, dass die deutsche Bevölkerung zu einem erheblichen Teil der Auffassung ist und der Meinung ist, man könne nicht mehr öffentlich alles sagen, was man denkt und man muss da sehr vorsichtig sein. Das heißt, es ist durchaus ein Bewusstsein vorhanden, dass nicht jede Meinung erwünscht ist und ich muss sagen, die Art und Weise, wie mit der Corona-Diskussion umgegangen worden ist und diejenigen, die andere Auffassung waren, obwohl sie selber auch Fachleute gewesen sind, wie die in den Boden gestampft worden sind, stigmatisiert worden sind und mir scheint, das hat sich jetzt natürlich noch verschärft. Aber dieser Eindruck, dass die Meinungsfreiheit notleidend ist, das ist schon geraume Zeit so und ich glaube, es hat sich jetzt insofern intensiviert, dass es wahrscheinlich noch intensiver bekämpft werden soll. und dass die Bundesregierung natürlich ein legitimes Interesse hat, dass ihre Sicht der Dinge sich verbreitet und dass diese Sicht von den Bürgern angenommen wird und dass sie sehr verstört ist, wenn das eben nicht so der Fall ist. Das wird ja aber auch schon deutlich, dass die einzige tatsächliche Oppositionspartei im Deutschen Bundestag, die CDU, CSU, kann man nicht dazu rechnen, denn die sind an diesem ganzen Desaster, in dem wir uns jetzt befinden, ja zu einem erheblichen Teil mit Schuld daran, aber dass die Bundesregierung natürlich dann alles tun will, um die Opposition klein zu halten, auf eine Art und Weise, wie ich glaube, dass es nicht in eine Demokratie passt, dass man also eine Partei wie die AfD von Sitzen im Bundestag abhält, dass der Deutsche Bundestag das einschließlich der CDU, CSU mitmacht oder federführend von dieser, dass die Medien, die Opposition nur dann zu Wort kommen ist, wenn es irgendeinen massiven Angriff auf genau diese Partei gibt, dass diese Untersuchung jetzt in der Bundesgeschäftsstelle der AfD, dass das letzten Endes in einer Art und Weise geschehen ist, die im Grunde genommen mit Rechtsstaatlichkeit herzlich wenig zu tun hat. Darauf wollte ich gerade kommen. Dirk Pohlmann hat schon von ins Visier nehmen gesprochen und meinte da die Nachdenkseiten, aber ins Visier genommen wird ja schon seit langem die AfD und da können Sie vielleicht ein bisschen aus Erfahrung sprechen. Was ist denn da passiert? Ja, ich habe das ja auch nur den Medien entnommen, aber ich habe ja auch gesehen, dass letzten Endes diejenigen, deren Geschäftsstelle jetzt untersucht wird, nicht einmal zuvor gebeten wurden, Unterlagen bereitzustellen. Das ist ja der normale Gang der Dinge, dass eine Behörde erstmal auffordert, belegen Sie mal, wie die Spenden eingeflossen sind oder woher Sie die haben, wo sind die Belege dafür. Das alles ist nicht passiert. Und man hat ja auch gesehen in Bayern, dass zum Beispiel, egal wie man zu jungen Alternativen steht oder nicht, dass in einer Nacht- und Nebelaktion die Polizei die Wohnung gestürmt hat, wo kleine Kinder drin geschlafen haben, die Türen eingetreten hat, um die zu durchsuchen, das sind Dinge, die mit einem Rechtsstaat nun wirklich überhaupt nichts mehr zu tun haben. Das muss man schon sagen. Ich hätte höhere Anforderungen noch als nur den Rechtsstaat. Das ist ja sozusagen die letzte Badehose, bevor man nackt ist. Es gibt keinen fairen Umgang damit. Es ist einfach so, ich sage das jetzt nochmal dezidiert, als Linke, ich kenne das aus der Zeit, als ich jung war, ist nun mehrere hundert Jahre her, aber das ist mit den Grünen so umgegangen worden. Mich erinnert das stark daran, die wurden einfach desavouiert, die wurden als neue Nazis bezeichnet und so weiter. Damals war das ganz anders, aber heute, es gibt keinen fairen Umgang. Was mich wirklich empört ist, dass diese Grundfairness zum Beispiel der Journalisten, dass man sagt, da kommt was Neues und meine Aufgabe ist nicht, darüber zu urteilen, sondern das zu berichten, hat es gegenüber der AfD nicht gegeben. Es wurde so agiert, als wenn man den Fehler der Bevölkerung, sich dieser politischen Partei zugewandt zu haben, korrigieren muss in den Medien. Also nochmal, wenn ich sage, die Badehose, die unbedingt nötig ist, ist die Rechtsstaatlichkeit, aber darüber gibt es etwas, wenn man sich einigt, dass man wie wir in den Boxring steigt, dann möchte ich nicht, dass jemand mit einem Schlagring dabei ist und mit einem vergifteten Stiefel. Und das ist das, was in der Medienwelt stattgefunden hat. Es gab keine faire Auseinandersetzung, kein Spaß an der Debatte, sondern es war ein zu vernichtender Gegner, der abgeräumt werden muss. Und ich habe noch einen zweiten Punkt mit dieser, dass der Staat möchte, dass seine Ansicht in den Medien auftaucht, ist sowohl legitim als auch verständlich, aber die Medien haben eine andere Aufgabe. Sie müssen das mit abhüten, aber gleichzeitig immer die Fragen stellen, die der Staat dazu nicht hören will. Und ich erinnere daran, falsche Fakten, die Sorge, wenn ich höre, dass der Staat sich um die Meinungsfreiheit kümmert, habe ich automatisch, gehen bei mir die Nackenhaare hoch. Ich erinnere an den Biden-Laptop, an die Fake-Story, die drei Jahre lang in den sogenannten Qualitätsmedien durchgereicht wurde, wo ein Herr Professor Butter, Verschwörungstheoretiker, Spezialist hoch fünf, sich nie mit beschäftigt hat, was einfach, weil es sozusagen auf der richtigen Seite stattgefunden hat, nie als massive, staatlich unterstützte Fake-News-Geschichte in den USA, wo 50 Geheimdienste schreiben, wir warnen davor, das zu veröffentlichen, wo Glenn Greenwald aus der für ihn gegründeten Zeitschrift wieder rausgingen musste, weil ihm von der Redaktion der Artikel über den Biden-Laptop zensiert wurde. Ich erinnere daran, dass in der EU 21 Organisationen mittlerweile gegründet worden sind, die sich ganz her mit Fake-News beschäftigen, die Hälfte mit Corona, die andere Hälfte mit Russland, wo hunderte von Akademikern sozusagen serienmäßig Stoff produzieren, der in den Nachrichten genutzt werden kann, um zu sagen, es gibt hier eine große Fake-News-Produktion, die ganz gefährlich ist, der Angriff der Killertomaten, vor dem wir uns zu wehren haben. Also nochmal, ich komme jetzt als Ronald Reagan, wenn mir jemand sagt, der Staat ist die Rettung, fange ich an zu kräuseln, meine Augen brauen und die Fußnägel. Okay, also die Polmannsche Badehose da als letzter Überzug des Rechtsstaats ist in Berlin allerdings selbst schon sehr löchrig und verschlissen, muss ich sagen, denn da ist ja jetzt mittlerweile die Wahl ja noch nicht für ungültig erklärt worden, aber das Verfassungsgericht hat mittlerweile die Möglichkeit in Erwägung gezogen, dass die Wahl doch komplett neu gemacht werden muss, komplett ungültig war, das heißt, die Abgeordneten, die derzeit amtieren, illegal, illegitim ihr Amt verrichten, also da ist ja richtig Feuer am Dach. Ja, wir brauchen demnächst Wahlbeobachter, internationale Wahlbeobachter in Deutschland, denn bei uns Wahlen durchgeführt. Ja, die müssen wir dann, nachdem sie auf OSZE reisen, durch die ganze Welt getchingelt sind, dann mal wieder zurückholen. Die wären im Falle der Bundestagswahl letztes Jahr allerdings nicht durchgekommen, weil ja gleichzeitig Berlin-Marathon war und man nur durch den Tunnel am Alexanderplatz in den inneren Ring gekommen ist. Auch so eine Absurdität sondergleichen. Die Metapher von der Badehose ist wirklich hübsch. Ich würde aber trotzdem davor warnen, den Rechtsstaat als so ein bisschen letztes Klapperskelett irgendwie darzustellen. Es ist das Reglement, auf das wir uns verständigt haben. Man kann dann auch Widerspruch einlegen und so weiter. Wenn wir das nicht mehr haben, dann wird es ganz düster, dass das nicht reicht und das leider Schindluder getrieben wird, indem man beispielsweise rechtsstaatliche Mittel überdehnt oder unfair oder einseitig einsetzt. Das ist ein ganz anderes Punkt und da demontieren sich Demokraten leider gegenseitig, weil sie immer meinen, sie müssen irgendwelche Missionen erfüllen und dann gegen die einen das Schwer ziehen und bei den anderen ist nicht mal ein Brieföffner zur Hand. Was die Wahlen in Berlin betrifft, das ist eigentlich genau so ein Punkt, wo der Rechtsstaat sich selbst demontiert. Der Bundeswahlleiter hat die Wahlen in Berlin sehr minutiös geprüft und kam zu dem Schluss, dass zumindest der Bundestagsteil in der Hälfte der zwölf Wahlbezirke neu gewählt werden soll. Das heißt, es sind etwa 1200 Wahllokale betroffen von den etwa 2000 in Berlin. Im Bundestagsausschuss, im Wahlprüfungsausschuss blockiert die Ampel auf Drängen der SPD die Befassung, ist am Donnerstag wieder vertragt worden und man versucht, so minimal wie möglich die Korrektur auszuwählen. Also man möchte nur 400 Wahllokale nachwählen lassen und fängt an, seltsame neue Regeln aufzustellen. Also eine halbe Stunde Wartezeit nach Schließung der regulären Wahllokale, das sei zumutbar. Wie man auf diese halbe Stunde kommt, ist völlig irre. Anstatt einfach Demokratie dadurch wasserdicht zu machen, dass man sagt, es sind Fehler passiert, wir wollen den bösen Schein vermeiden und wählen komplett neu, versucht man mit politischen Tricks das Ganze rauszuschleppen. Denn man muss eben auch wissen, dass die Abgeordnetenhauswahl, die ja zeitgleich stattgefunden hat, wahrscheinlich komplett wiederholt werden muss, wie der Landesverfassungsgerichtshof entschieden hat, dass die im gleichen Wahllokal bei der Bundestagswahl weniger geschlampt haben als bei der Abgeordnetenhauswahl, ist ja Unsinn. Das kann man niemandem erzählen und trotzdem muss die Abgeordnetenhauswahl bis Ende März wiederholt werden mit großer Wahrscheinlichkeit und weil ja mit Widersprüchen gegen die Wahlwiederholung einzelner Wahlbezirke bei der Bundestagswahl zu rechnen ist, ist das auf den St. Nimmerleinstag verschoben. Das ist ein Stück aus dem Tollhaus, was nicht geeignet ist, irgendjemandem klarzumachen, wenn es an Wahlen Zweifel gibt, dann tun wir alles, um das auszuräumen. Nein, es bestätigt eigentlich eher noch, dass man hier ein Kasperle-Theater hat, wenn es um so etwas Hohes geht wie demokratische Wahlen. Sagt Ralf Schuler in seiner, wie üblich, sehr distinguierten und vorsichtigen Art, niemand hat bis jetzt gesagt, die Wahlen in Italien, die sind getürkt, das hat nicht geklappt, die Auszählung in diesem chaotischen Land Italien, mit diesen chaotischen Italienern, die haben das offensichtlich hingekriegt. Ja, andere kriegen das hin. Gut, Berlin kriegt nun sowieso nichts hin. Ja, ich wollte sagen, das ist doch eine Phänomenologie des Berliner Flughafens, die sich auch in den Wahlen ausspricht. Also wir sollten vielleicht grundsätzlich das, was wir uns als preußisches Verhalten zubilligen, ist an wenigen Stellen noch vorhanden. Also das ist ja eine Emanation des grundsätzlichen Versagens von staatlichen, also staatlichen, von, sag ich mal, Verwaltungshandeln, was wir da sehen. Zu Italien möchte ich anmerken, da haben wir eine Wahl und wir haben Wahlpflicht in Italien und es sind nur 64 Prozent der Italiener wählen gegangen, was ein Indiz dafür ist, dass der ganze Laden nicht funktioniert. Das heißt, die haben, das wäre meine erste Analyse, doch kein Vertrauen, dass, wenn sie zur Wahl gegangen sind, daran sich irgendetwas ändert. Was man auch daran sehen kann, dass die Fünf Sterne großer Schocker waren auf der Parteienlandschaft und mittlerweile auf Bibergröße zurückgestampft wurden vom Elefanten. Also das in Italien zeigt sich etwas anderes, nämlich, dass man sich die Frage stellen muss, inwieweit die parlamentarische Demokratie in den Leuten, die in den Wählern noch den Eindruck erzeugt, dass sie tatsächlich eine wesentliche Handlung begehen, nämlich zur Wahl zu gehen, die an irgendetwas ändern kann. Also das glaube ich aber zum Beispiel nicht, dass sich in Italien nichts ändert nach dieser Wahl und nicht nur in Italien, sondern in ganz Europa. Oder wie sehen Sie das, Frau Steinbach? Also es wird sich etwas ändern, das Bewusstsein in unseren Nachbarstaaten ist ja gewachsen, dass es so nicht weitergehen kann. Das bezieht sich zu einem erheblichen Teil auch auf die Frage der Migration in Richtung europäischer Staaten. Auch in Italien hat das mit Sicherheit eine große Rolle gespielt. Was ich interessant finde, dass in all den Ländern, ob das Schweden ist oder ob das Frankreich ist oder jetzt Italien, die konservativen Parteien, die errechten Parteien, in dem Moment zum Erfolg gekommen sind, wo sie sich entradikalisiert haben. Das war bei Marine Le Pen so, das war in Schweden so und das ist auch in Italien so gewesen, dass Parteien, die ursprünglich einen sehr viel radikaleren Ansatz hatten, sich inzwischen innerlich so gefestigt haben, dass sie erkannt haben, Radikalität ist keine Lösung, sondern man muss mit Vernunft die Dinge angehen und dann sind Wähler auch entschlossen, solche Parteien zu wählen. Also das wäre Ihr Rezept für die AfD, selbstverständlich. Da ist zweifellos was dran. Wenn man sich anguckt, welchen Katalog Frau Meloni vertritt, da war Ehe und Familie, da war starker Staat, Patriotismus, die ewig vorgehaltene Postfaschistin kam zum Schluss eigentlich nicht mehr zum Tragen und dass sie sich irgendwie mit 19 mal den Duce gut gefunden hat, hat sie in letzter Zeit auch nicht mehr thematisiert. Was hat man mit 19 nicht alles für gut gefunden? Ja, da müsste ich mal überlegen, aber bei mir war die Konstellation eine andere. Was ich natürlich interessant finde, wenn 64 Prozent in Italien schon ein Ausweis von Demokratiemüdigkeit sind, was ist dann 55 Prozent Wahlbeteiligung in Nordrhein-Westfalen? Das Problem scheint mir eher darin zu bestehen, dass wir zum Beispiel im deutschen Wahlsystem eine so hohe Hürde haben, bevor sich etwas ändert. In Italien haben wir jetzt eine komplette Neuausrichtung der Politik. Bei uns ist es halt so, dass man durch die Hinzunahme eines weiteren Koalitionspartners, siehe Ampel, im Prinzip eine moderate Mittenpolitik weiter fortsetzt mit kleinen Änderungen. Aber man hat zwar ein legitimes Mandat durch die Wahlen gewonnen, man hat aber nur einen sehr beschränkten Wählerauftrag, wenn man sich das Votum der Leute anguckt. Und das fällt auseinander und deshalb gehen die Leute dann irgendwann nicht mehr hin, weil sie sagen, egal was wir machen, die mixen die Farben neu und machen so weiter. Und bei uns sind die Hürden für einen wirklichen Politikwechsel sehr, sehr, sehr hoch. Das ist gewollt in der Nachkriegszeit, um Stabilität zu sichern. Aber Stabilität kann eben irgendwann auch in Erstarrung umschlagen und dann gibt es Frustration und irgendwann Brüche. Dirk Pohlmann. Ich möchte noch mal sagen, die 64 Prozent sind wichtig, weil in Italien Wahlpflicht herrscht. Das heißt, bei Parlamentswahlen muss jeder wählen. Und dann bleiben noch 64 Prozent übrig, die sich bei dieser, also das heißt, es sind 36 Prozent, die sich entziehen dieser Pflicht. Und das ist ja ein Hinweis darauf. Die Wahlpflicht ist eine Methode, um dafür zu sorgen, dass die Legitimation der Entscheidung da ist und die Leute nehmen davon bereits wieder Abstand. Also das und eben die Tatsache, hat es in Italien jeweils, ich glaube, so fit bin ich nicht in Italien, aber ich glaube, in den letzten drei Wahlen war es so, dass jeweils Parteien, die angekündigt hatten, mit der anderen Seite nie eine Koalition eingehen zu wollen, das dann doch getan haben. Also wo man sich in keiner Weise darauf verlassen konnte, dass die Wahlversprechen, das erinnert mich an Käpt'n Blaubeer, wo ein Wahl ein Versprechen gibt, wo die Wahlversprechen dann nicht mal mehr die Haltedauer von der Tüte Milch haben. Und das ist ein Effekt, warum die Leute nicht wählen gegangen sind. Also das heißt, in Italien, wo sowieso eine Grundeinstellung besteht, die anders als bei uns ist und ganz anders als zum Beispiel in Schweden, dass nämlich der Staat sowieso so eine Art Feind darstellt, die man, wenn man clever ist, umgehen muss. Also im geschäftlichen, aber auch ansonsten. Das ist ein sehr dialektisches Verhältnis zu dieser Organisationsform. Es nervt mich mittlerweile, wenn ich dann höre, Frau Meloni, und dann wird das Gespenst des Faschismus ausgepackt dort. Sie ist eine Rechtskonservative, so würde ich das einordnen. Und auch dieser, dass es auf diesem rechten Spektrum gar nicht mehr zulässig ist, dass es Differenzierung gibt, auch das regt mich als jetzt aus dem linken Spektrum. Ich weiß nicht, mittlerweile würde ich mich eher als Liberale einordnen. Ich würde mich nicht mehr dem zuschlagen, was da im Moment läuft. Aber das sind alles keine Erscheinungsformen einer lebendigen Demokratie, die Spaß daran hätte, dass da verschiedene Meinungen aufeinanderprallen, sondern dieses Karl-Schmidt-Freund-Feind-Denken, was da eingezogen ist. Dass die andere Seite, die Welt ist besser, wenn sie beseitigt ist. Das finde ich sowohl dumm als auch unmenschlich. Also das erleben wir ja jeden Tag. Faschismus geht immer und Nazi, ganz besonders in Deutschland, geht auch immer. Wir haben gerade gesprochen über Rechtsstaat und ist ja nur noch ein Höschen. Und ich würde trotzdem gerne mal wissen, wann ist der Rechtsstaat am Ende, wenn die Inflation bei 30 Prozent liegt oder wenn der Blackout kommt? Ich hoffe, dass der Rechtsstaat nicht am Ende ist, dass der Rechtsstaat auch ein Blackout überlebt. Wobei also die Schilderung, die ich von Fachleuten inzwischen gehört habe und die mir erläutert haben, was dann alles damit verbunden sein würde, die werden die Mehrheit der Menschen hier im Lande überfordern. Und das würde wirklich dramatisch werden. Welche Auswirkungen das am Ende auf unsere Demokratie haben wird, das wird sich dann auch erst noch zeigen. Also wenn man am Ende damit rechnen muss, dass Gewalt herrscht, um sich noch Lebensmittel irgendwo zu beschaffen oder Wasser zu trinken, dann sind es existenzielle Fragen, die den Einzelnen auch so entmenschlichen können, dass die Gesellschaft auseinanderfliegt. Ralf Schuller. Also man sieht im Alltag manchmal so kleine Erosionserscheinungen, bei denen man ahnt, in welche Richtung sich größere Brüche ereignen könnten. Sie haben beispielsweise im Steuerrecht eine, wie ich finde, Überregulierung, die am Ende es opportun erscheinen lässt, Steuervermeidung und Steuerflucht so trickreich wie möglich einzufählen, weil das eine Art Sport geworden ist, weil immer neue Winkelzüge seitens des Finanzgesetzgebers vollzogen werden. Wir haben in der Regulierung der Wirtschaftswelt Tendenzen, die dazu führen, dass man in bestimmten Branchen eigentlich keine legale Arbeit mehr bekommt, bei Landschaftsbau, Landschaftsgärtnerei, also bei Wegepflastern, bei Gärteneinrichten. Da finden Sie im Prinzip niemanden. Also es gibt inzwischen ganze Branchen, wo die Verdrückung in Schwarzarbeit eigentlich so große Flächen angenommen hat, dass man kaum noch legale Verträge abschließt, weil Überregulierung, Mindestlohn und irgendwelche Anforderungen für Statistik banale Aufträge so verteuern, Landschaftsbau, Landschaftsarchitekten beispielsweise. Das ist massiv unter Druck geraten. Der Mindestlohn von 12 Euro, der jetzt gerade im Oktober in Kraft getreten ist, trägt etwas dazu bei. Wir sehen zum Beispiel auch eine Überregulierung im Straßenverkehr. Das ist nun wirklich ein banales Beispiel, was aber metaphorisch ganz gut trägt. Wenn Sie durch Berlin fahren, haben Sie mitunter Laternen, wo so viele Schilder übereinander gestapelt sind, dass man im Prinzip anhalten müsste, um die Regelungsdichte zu verstehen, die dort für die Busspur zeitweise dann parken, aber nicht nur für Anwohner mit Plakette. Das ist nicht mehr zu handeln. Und die Dichte von Ampeln zum Beispiel nimmt zu. Da ist jedes Mal für jede einzelne Ampel ein sehr berechtigter Anlass da. Aber wenn Sie fünf Ampeln im Abstand von wenigen hundert Metern haben, kommt der Verkehr zum Erliegen. Das heißt, Mobilität findet nicht mehr statt. Dafür haben wir maximale Gerechtigkeit beim Überqueren der Straße. Das ist, finde ich, symptomatisch für auch den politischen Betrieb, wo sich so viele gegenseitige Abstimmungsverfahren dermaßen behindern, dass sie einfach überhaupt nicht vorankommen. Also ich glaube ja, dass die wirtschaftlichen Probleme dermaßen zunehmen, dass Fragen der Regelungsdichte und der Volksunzufriedenheit, ja schon das Wort Unzufriedenheit ist ein Euphemismus gegenüber der Volkswut, die sich irgendwann entladen wird, wenn die Lebensgrundlagen in Gefahr sind. Und das scheint mir zu drohen. Oder täusche ich mich da? Frau Steinbach. Also ich glaube, Sie haben vollkommen recht, Herr Müller-Ulrich, dass die Lebensgrundlagen jetzt durch die Gasfrage, die Energiefrage insgesamt wirklich dramatisch gefährdet sind. Wenn reihenweise Firmen nicht mehr produzieren können, weil ihnen die Energie fehlt, egal halt fast welche, dann gibt es Arbeitslosigkeit und wenn eine Rentnerin praktisch ihre Rechnung für die Heizung nicht mehr bezahlen kann, das sind alles so elementare Fragen, elementare Fragen, dass man noch nicht abschätzen kann, wie sich das auswirken wird auf die Menschen und ihr Verhalten zueinander und gegenüber der Regierung. Dirk Pohlmann. Ich musste bei dem, was Sie im Samen daran denken, dass ich das immer so betrachte, es gibt eine Zielvorstellung, zum Beispiel das banale Zielvorstellung jetzt in diesem Fall, dass die Leute eine Wohnung und Essen haben und die Regierung ist dazu da, das sicherzustellen. Was Herr Schuller beschrieben hat, was ich gar nicht abstreiten will, ist, dass in der Politik die Regelhaftigkeit oft ist, dass man die Aktion des anderen verhindert, also Denial of Access hieß er das im Militär, dass man also den einfach blockiert und anstelle, dass klar ist, dass dieser ganze Organismus nur dann funktioniert, aller Bäusche Honigpumpe, wenn er eine gewisse Betriebstemperatur hat und der Inhaltsstoff fließen kann. Und wir werden in große Schwierigkeiten reinkommen. Und das Wichtigste wäre eigentlich, dass man ähnlich, sag jetzt mal, Helmut Schmidt, Hamburger Flutkatastrophe, vertraut, dass da jemand dran ist, der das Ganze geregelt kriegt. Wie Kapitän auf der Brücke, darf auch eine Kapitänin sein, aber dass wir uns nicht so verhekeln oder verhaken in den Regelungen, sondern sagen, das sind jetzt schwierige Zeiten und schauen wir, dass es klarkommt, ohne dass die 87-jährige Frau ihre Wohnung verlassen muss, weil sie die Miete nicht mehr bezahlen muss. Das ist die Zielvorstellung. Wie das erreicht wird, ist dann zu diskutieren oder ist gemeinschaftlich auch von mir aus auf dem kurzen Dienstweg zu regeln. Aber wir werden in solche Probleme reinkommen und die werden wir nicht lösen, wenn wir Lösungsmechanismen haben, die den Berliner Flughafen möglich gemacht haben. Das ist absolut so und wenn man sich anguckt, dass wir in eine akute Energienot im Winter reinschlittern, aber der Energie- und Wirtschaftsminister Habeck meint mit Rücksicht auf die Niedersachsenwahl ein AKW in Niedersachsen abschalten zu müssen und nur die anderen beiden so ein bisschen in den Streckbetrieb zu nehmen, dann stellt man eben fest, dass in den höchsten Regierungsspitzen, der Mann ist Vizekanzler, die Problemlage nicht verstanden wird und noch nicht mal der ganz normale Markt verstanden wird, wo ich versuchen müsste, die Energiepreise damit runterzukriegen, dass ich einfach Energie in solchem Überfluss zumindest ankündige, vorrätig zu haben, dass Marktteilnehmer darauf... Warum kann er nicht einfach sagen, wir haben jetzt eine Notlage, ich bin auch immer noch gegen die Atomkraftwerke, aber jetzt die abzuschalten, ist einfach sozusagen den wahren Glauben durchzusetzen, ohne Ansicht der Situation. Wenn ich in einem Flugzeug bin mit zwei brennenden Triebwerken, kann ich nicht sagen, das wird mit Sprit betrieben, ich will kein CO2 produzieren, stellen wir die anderen beiden auch noch aus. Das ist genau der Punkt und da kommt dann die DNA der Grünen, vor allem in Niedersachsen, als Anti-AKW-Keimzelle und dann nimmt man Rücksicht mit völlig falschen Prioritäten hinzukommt, dass Habeck dem Markt insgesamt misstraut und eher für Regulierung ist. Das sind aber im Prinzip nur Effekte eines Politikbetriebs, der nicht die Realität mehr zum Maßstab nimmt, sondern irgendwelche ideologischen Leitlinien und das macht einem dann schon eher Angst. Ja, mir macht natürlich auch Angst, dass die Ideologie alles beherrscht in dieser Bundesregierung und wenn man natürlich sieht, was aus den Mündern und was verschriftlicht wurde von Seiten der Grünen, wenn die eine da hinterherläuft, Deutschland, du mieses Stück Scheiße und der andere sagt, mit Vaterlandliebe konnte ich noch nie was anfangen und dann kommt die grüne Ideologie dazu, dann muss man sich sorgen um dieses Land machen, wenn diese Menschen an der Regierung sind. So, das ist der Punkt, an dem wir voraussehbar gelandet sind, dass wir uns Sorgen machen um dieses Land. Meines Wissens braucht auch die Honigpumpe von Josef Beuys Energie zu ihrem Betrieb, aber ich bin dankbar und froh, dass Dirk Pohlmann sie hier in unsere Diskussion eingebracht hat und uns damit ein bisschen intellektuelle, ja vielleicht sogar auch Spaßenergie gespendet hat. Das war die Sonntagsrunde im Kontrafunk an diesem 2. Oktober 2022. Vielen Dank fürs Mitdiskutieren, Erika Steinbach, Dirk Pohlmann und Ralf Schuler und ich darf Ihnen sagen, wir sind ja jetzt in einer neuen Phase beim Kontrafunk. Wir haben unsere Programmaktivitäten ausgeweitet. Schauen Sie mal auf der Webseite nach. Dort können Sie auch Werbematerial bestellen. Wir haben Neues aufgelegt und gedruckt und machen Sie Werbung für den Kontrafunk und freuen Sie sich mit mir auch auf den heutigen Abend, denn dann gibt es wieder eine neue Folge von Jojo Gaga mit Andreas Thiel um 20 Uhr und um 23 Uhr nach den Nachrichten. Vielen Dank für Ihr Interesse und einen schönen Tag. Guten Abend, Sie hören Jojo Gaga, die sprachphilosophische Sonntagabend-Sendung aus der Schweiz. Mein Name ist Andreas Thiel. Sie sitzen hoffentlich mit einem Glas Bordeaux in der Hand am Kamin, denn warum trinkt der Mensch? Der Mensch trinkt nicht, er forscht. Er muss der Flasche auf den Grund gehen. Forschen ist eine Frage des Geistes und Trinken eine Frage des Niveaus. Wir haben bereits hergeleitet, dass Anarchie noch nicht Freiheit bedeutet, sondern erst ein Schwebezustand ist, der in die Freiheit münden kann und wir haben auch hergeleitet, dass Freiheit durch Regeln geschützt werden muss und zwar allgemeinverbindliche Regeln, welche uns vor Willkür schützen. WUCHEN 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 Vielen Dank.